Jennifer und ich freuen uns darüber, dass wir unseren Glauben gemeinsam ausdrücken dürfen. Wir wollen mit unseren Liedern Brücken bauen. Jeder sucht den Weg immer neu für sich. Glaube hat nicht nur ein einziges Gesicht. Wir bekommen von sehr vielen Menschen die Rückmeldung, dass unsere Musik und die Texte sie berühren und in ihrem Glauben stärken. Diese Resonanz ist für uns das größte Geschenk in unserer Arbeit. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr bei unserem nächsten Konzert dabei seid. Halt es fest, bis es in deinen Wegen gegründet ist. Offenbar, erst am Ende wird es klar. Dann strahlst du wie die Sonne und alles wird sich zu dir drehen. Gemeinsam als Generationen sind wir weiter bei dir Hoffnung für. Denn ich werde niemals aufhören, zu sein, was ich bin. Ich bin für dich da und ich bleib dein Lebenssinn.